meine freunde heute wieder ein neues video von us so was heißt das direkt bevor video losgeht liken abonnieren wisst durchdrehen eskalieren viel spaß euch mit meinem dicken so schauen wir mal was ein sniper mit seiner record anstellt auf stellung er ist da weg weiter weg wird da weg 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 meine packt von grünchen raushauen die guy gibt mir einfach direkt Keine Wüxte Ja, er kennt da einfach, er legt sich einfach hin, Digga, scheiß Drix, Guck mal, wie die schon schimmeln, man Bart für Schimmler, Digga, ja, ich spawn einfach neben ihn, und nehm ihn, und nehm ihn, Digga, natürlich Spawn einfach neben allen dreien, auch Chili Schock, Digga, wenn die da immer, guck mal, wie der schimmelt, ganze Zeit schimmelt der da Weißt du, die sagen, äh, Shipment wurde spawns, gefixt, gar nichts wurde gemacht, gar nichts, spawn immer noch mitten in der Map Tschüss, viele Hier, Kleine, wie gesagt, nehmt sie viel, Digga, nehmt Nimm sie viel, nehmt Digga, hier, noch eins Jörr, jörr Der schimmelt da, der schimmelt da ganze Zeit, was ist mit ihm, was ist mit ihm Boah, schön aus der Zeitgeist raus holt Oh nein, mein Elm, dicke Verkackt Ja, die haben wie toll, nice, Digga, locker Der schimmelt da, der auf dem Boden liegt, locker Uh, hau rein, turn on, Digga Container raus Wie, die schimmeln, Digga Katastrophe Ich hab bis heute Ey, Digga, der Vital regt mich richtig auf Den hole ich jetzt erstmal weg, weil der Fackt mich Hammer ab, der Vital, wusste er Da, Digga, oh, rein, der regt mich nicht auf, weil der regt mich nicht auf 22 Kilo, bis jetzt, was geht Ist das ok Guck mal, Athena, wie kann man so spielen Welche Frau hat diesen Menschen in die Welt gesetzt, guck mal wie er spielt Was ein Hohenbock, alter Boah, den hab ich richtig weg genutzt Oh Mann, das war so schlecht, ey Oh, ich hab grad ein Triple Kill mit zu viel gemacht Ja, weil die alle schimmeln im Container, Alter Mist geblutet Alle im Container am Schimmeln Mist geblutet Alle im Container am Schimmeln Mist geblutet Hau rein Nein, ich war ein vor Dings, wie toll Scheiße, Mann Schade, ey Wie toll, auf dem Weg geht es so ab, Alter Hau rein Außen Headclitch, raus, raus Da, Junge, raus Komm jetzt, Digga Jetzt ein schönen Kill mit Marshall-Körper Komm, Digga Ist richtig dickes jetzt, komm, gönn Uuuuh, hab dick kassiert Richtig kassiert, klar Aua Digga, was mach ich grad mit dir, tschüss Ich flex grad richtig weg Oh mein Gott, was mach ich mit dem Tschüss, was mach ich mit dem, Digga Jetzt mein Ernst, was mach ich grad mit dem Ich hau die richtig weg, grad Die wissen gar nicht, was abgeht Was mach ich mit dem, oh mein Gott Oh mein Gott, was hab ich mit dem gemacht 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 Tschüss Da bin ich, Tag Tag Richtig rasiert hab ich wieder Komplett zerstört 80 40 2 KD Rassiert Ich hoffe das Video hat euch gefallen Lass ein Like da Wenn ihr noch kein Abo gemacht habt Abonnieren Wenn nicht mach es ein kleiner Zer% Tschüss Wo 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 wo